Da ich beim letzten Minecraft SkyBlock Randomizer einfach gestorben bin und ein ganzes Tag verloren habe, alles aus Frust in die Luft gesprengt habe, dachte ich mir, versuchen wir es ein zweites Mal, aber diesmal nicht alleine, sondern zu dritt. Wie das ausgegangen ist, seht ihr jetzt. Viel Spaß. Ey, es wird mir unsichtbar. Oh ne, jetzt ist er da. Was ey, er leuchtet. Ich hab heute bekommen, ich hab heute bekommen. Ja, wo stelle ich ein, dass mehr Items droppt, Digga? Das ist ja wie bei Badwars, Junge. Das ist frech? Das ist wie bei fucking Badwars. Alter, ich hab ne Hornkoralle, Paul. Was? Ja, ich hab ne Koralle für dich. Nice. Boah, Alter, der Benno gibt mir immer so dick und Nordic. Ich geb dir eine Ping-Schelle. Ich mach jetzt ein 360, ich mach 360, pass auf. Oh! Der 360-Hit. Er hat das bei mir einfach nur kurz nach links geguckt und dann wieder nach rechts. Keine Ahnung. Da müssen wir irgendwie Leon zu uns hoch... Oh, gefährlich. Oh, wie geil! Oh, oh! Nein, zu übermotiviert! Nein, 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 nein! Oh! Ich hab das noch! Ich hab das noch! Ich hab das noch! Nein! Ekelhafter Pufferfisch! Der macht mich in 1v1! Er nutzt mich! Verpiss dich! Verpiss dich! Nein, ich hab den Eimer! Oh! 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 Okay, der Eimer ist safe, Jungs! Oh! 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 Wir verlieren Hunger. Nice, man. Nein, 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 nein. Nein, nein, lass mich. Lass mich. Ich habe einen Comparator. Nein, 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 nein. Ich habe einen Comparator. Ne, ein Repeater war das. Wolltest du zu Leon sein? Ja. Ich bin da hingekommen, ey. Skill. Oh nein, verpiss. Ja, tschau. Oh nein, der spawnt hier. Der spawnt hier. Der spawnt hier. Der spawnt hier. Der spawnt. Oh, Paul geht farme, Digga. Nein. Nein. Ey, was hast du mir dann auch für eine Schelle gegeben? Pauli. Oh nein, witz, Alter. Du hast das Pferd umgebraucht. Irgendwie bringe ich immer die Skelettpferde um, Paul. Ich weiß nicht. So schlecht bei mir. Ich lebe. Nein. Nein, 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 nein. Ich wollte. Ich wollte nur hinterher. Oh Gott, der kommt. Ey. Ich dachte, wir capen hier Leon ab. Ach so. Ich hab nen Chess. Ich hab nen Chess. Das ist keine gute Idee, da Leon abzucampen. Der spawnt da. Ja, mein ich ja. Oh Gott, der lebt da, Junge. Paul, kill ihn und dann komm schnell her. Ja, ja, ich bin dabei. Okay, warte, warte, warte. Ich hab nen, ich hab nen. Ich hab nen, ich hab nen. Ich trau mich immer zuhause. Nein, Paul. Ja, ich bin dabei. Ja, ich bin dabei. Ja, ich bin dabei. Okay, schnell, schnell, schnell. Schnell, 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 schnell. Schnell. Okay. Nein. Wir haben verloren. Was, der hat Spawn Protection. Die Spawn Protection. Der ist halt mies, Mann. Warte, 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 warte. Wir haben nur ne unendliche Nahrungsquelle. Und wir können nicht drunter genockt werden, wenn wir hier drin stehen. Ach, ernsthaft? Glaub schon. Jungs, fest mal. Was, ich wusste es nicht. Beine? Oh, Mann, ich flieg 50 Meter weit. Warte, ich brauch hinter mir ne Wand, wenn ich spawne. Ich hab nen, warte, ich hab nen Fox. Warte, haben wir irgendwas anzuleinen? Paul. Paul, ich hab das Skelettpferd schon getötet, also. Ey, ich wollte ihn auf die Insel bringen, du Huhn. Neul, Junge, er ist einfach auf unser Thron. Fech. Wieso macht der keinen Damage? Ich dachte, die Kleinen machen auch Damage. Oder? Ich glaub, der hat ne Bein-Lamage. Ich glaub nicht, dass wir den noch lange hier behalten können. Der schiebt sich gleich runter. Nein, nicht Leon von Protection. Oh! Das war er, das war, ich schwör, das war ich nicht. Ich schwör, ich schwör, das war ich nicht. Oder war Paul das? Ja, ich bin da hier oben. Können wir hier jetzt noch ein paar Blöcke gehen? Ne, ne. Ich hab ihn totgecrittet. Der Fuchs geht immer höher. Geil, Mann. Ne, ich hab... Nein! Der Fuchs ist runtergesprungen. Er hat Selbstmod begangen. Junge, er hat sowas von motiviert. Er hatte gar keinen Bock mehr. Holy. Was gibt's denn so für? Oh. Entschuldigung. Ich bin die Tür. Junge, ihr müsstet meine Perspektive grad sehen. What the fuck. Unsere Perspektive. Hm. Ich kann nicht in der Fünf gehen, weil ich seh nur die Tür und schwarz. Weil ich hab ein zweites Bett. Oh! Jaja. Das ist das... Wait, wir können die Tür aber auf die... Oh, kann man die Tür auf... Ja, auf die Treppe. Geht es? Oh, Leon, ich hab den Kabel. Chill. Leon, nein! We had one job. Ich hab Red Story Pizza bekommen. Wir haben die Tür verloren. Jetzt regnet es rein. Leon hat eine Rotten Potato. Oder ne, was... Was, was ist ein Setzling? Mach die Druckplatte weg. Wir brauchen den Dirt. Warum? Ich hab zum Glück nichts. Ah! Warte, geh mal ein bisschen weg. Wenn du das dahin droppst, dann kann... Dann werde ich, wenn ich hier stehe unsichtbar. What? Holy... Was ist das mein? Wait. Nee, du bist nicht unsichtbar. Doch, dadurch. Dadurch siehst du mich nicht. Weiß ich ihn? Ja. Ertse? Gerade nicht, aber jetzt auf einmal. Sehe ich deinen Namen? Warte mal, ich muss das irgendwie anders hinlegen. Ich hab dein... Ich hab nämlich dich nicht gesehen. Hab ich eigentlich behindert? Bin ich eigentlich zu blöd, das irgendwie ansatzweise gescheit hinzulegen? Pff. Den können... Ich glaub, es wächst. Ich brauche ein paar mehr Erde, damit es... Ja. Ja. Willst du mir das ja sagen? Nö. Kann ich nicht gesehen. Wo ist mein Creeper im Kopf hin? Warum kann ich gleich entschlüsseln? Hä, auf Orbi. Ich möchte ihn eigentlich wegkritten. Einfach für... Oh! Paul! Ja. Wir haben... Braum. Nein! Wo bist du? Oh! Mhm. Oh! Kodus-Flower. Kann man doch braten, oder? Nee. Junge, wie viel Creeper-Köpfe noch? Perfekt. Ich hab meine Schiffe. Hä, das macht gar keinen Sinn. Das ist ein halb Glöcke. Hä? Aber der Sprung sieht so clean aus. Hä? Kommt nicht für... Okay. Ich mach jetzt den Abgehobenen. Nee, weiß mal. Oh! Ja. Wobei... Es tut mir leid. Warum ist unsere Spitze eigentlich... Ist so... Nicht in der Mitte. Ich weiß es nicht. Ich hab ne bessere Spitze. Die tue ich aber auch... Auf der Spitze. Wo hab ich die Kodos-Pflanze her... hin? Ey, hier. Kannst du die placen? Ah! Nice. Wächst die? Ey, das wär übelst geil, wenn die wächst. Ähm... Ich glaub der ist nicht gut, oder? Oh mein Gott. Er hätte einen Sponge gedroppt. RIP. Ich hab mit dir gescheitert. Ähm... Hast du Bock auf einen Bossfight? Was? Was kommt jetzt? Divins? Nice. Oh, da auch. Wer gegen wen? Äh, ich gegen dich. Bist du bereit? Ich hab vier Herzen. Hast du ne Waffe? Ja, ich hab vier Herzen. Achso, du willst wen fighten? Oh. 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 Äh. Und jetzt? Was? Warte, wir lassen sie hochfliegen. Jaja, sie kommt hoch. Oh, die Kodos-Frucht wächst. Kann man da nicht irgendwie Blöcke draus bauen? Ja, weiß ich nicht. Fliegt die hier hin, die scheiß Lohe. Jo, ich probier noch kurz ein was. Und zwar hab ich einen Bone-Block. Und wir haben den Baum. Äh. Ich hab aber auch noch eine Seite der Erde geplaced. Ja, das ist doch perfekt für die zweite Folge, oder? Machen wir den privat aus. Actually schon. Das wär echt funny. Ich dachte mir grad auch, actually. Ich wollt's grad sagen. Perfekt. Jaja, das ist der neue Bug. Holi. Ähm. Was ist denn? Jo. Wir sehen uns hier in der zweiten Folge. Jo. Bye-bye. Bis dann. Jo. Jo. Boah. Jo. Jo. Vielen Dank.